Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ihr werdet jetzt in der Video-Titel wissen, was das für ein Video ist. Ich weiß es noch nicht. Ich habe nämlich ein Geschenk bekommen von Merima. Ich muss erstmal das beiseite legen. Ah, hier ist ein Zettel dran. Das ist die perfekte Ergänzung zu deinem Amazon Echo Show. Das habe ich auch. Sonst sehen die Echo Show so langweilig aus. Das ist eine Ergänzung von meiner Echo Show Geräte. Sie hat es auch. Sonst sehen sie so langweilig aus. Also irgendwas, was den Echo Show schöner aussehen lässt. Vielleicht so ein Gummicase oder so eine Art Rahmen, was man drüber packt, dass es dann aussieht wie so eine Sonne und dann halt der Show da drin. Oder wie eine Wolke, als Beispiel. Ich weiß nicht mehr, ob es sowas überhaupt gibt. Von Merima. Erstmal einen ganz lieben Gruß an Merima und fettes Dankeschön. Ich bin mal gespannt. Ich mach mal auch so, dass ich nicht reingucken kann. Ich mach mir jetzt mal einen Zettel. Das ist die perfekte Ergänzung zu deinem Amazon Echo Show Geräten. Das habe ich auch. Sonst sehen die Echo Show so langweilig aus. Smiley-Smiley von Merima. Ach doch, da waren auch Smiley halt gar nicht so richtig vorgenommen. Ein Ding ist hier. Ich richte euch mal nach unten. Halbwegs, dass ihr auch ein bisschen von meinem Gesicht mitsieht. Smart Air Quality Monitor. Das habe ich schon Ewigkeiten auf meiner Wunschliste. Aber der Preis war mir immer zu hoch für so ein kleines Ding. Und deswegen habe ich da noch nicht zugegriffen gehabt. Geil. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Feinstaub-Messgerät. Feinstaub-Messgerät. Ach nee, Feinstaub-Messgerät. Feinstaub-Messgerät. Oh, das ist hier ein bisschen klein geschrieben. Flüchtige, organische Verbindungen. Kohlenmonoxid. Das ist ja geil. Den habe ich mir schon immer gewünscht. Der macht, das ist halt wie so ein Thermometer. Ich hoffe, ihr könnt den sehen. Das ist wie ein Thermometer. Aber der macht halt Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Das habe ich euch ja vorgelesen, was der alles macht. Und das ist halt direkt von Amazon. Also natürlich mit einem Echo und mit einem Show und Fire TV und allen Geräten kompatibel. Und dann kann man auch Warnhinweise machen. Also der würde von alleine, denke ich mal, piepen. Und dann kann man aber auch individuell machen. Auch auf der Alexa-App auf dem Handy. Dass wenn der hier irgendwas misst, dann mit der das dann auch ansagt. Aber ich denke mal, das wird schon so eingestellt sein, dass er dann irgendwas sagt. Boah, geil. Ich bin ja am überlegen, mache ich das Video hier voran oder mache ich dann separat das Video für. Dann machen wir gleich ein Unboxing. Da bin ich mega heiß drauf. Dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Däumchen wäre ein Träumchen. Vielen, 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 vielen Dank an Mirima. Jetzt kann ich das endlich mal testen. Das habe ich schon zwei Jahre oder so auf meiner Wunschliste bei Amazon. Dass ich das mal, aber ich habe mich halt immer nicht getraut, das zu holen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wir sehen uns gleich im nächsten Video. Dann machen wir Unboxing und versuchen den einzustellen und gucken mal, was da geht. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Odin's Test.